Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 12.09.2022 und unser Katz-und-Maus-Spiel von letzter Woche. Ihr erinnert euch, Katze unterm Tisch, Maus auf dem Tisch und so weiter und so fort, haben wir beendet bekommen. Am Freitag hat er es geschafft, sein Gap geclosed, oben bei 13.50 und damit erstmal einen, ja ich sag mal, schon einen wichtigen Stein rausgenommen hier aus dem Spiel, sodass er natürlich jetzt auch nach oben raus sind, deutlich bessere Karten hätte für die neue Woche, dass die zumindest uns auch positiv ausgeht. Wir haben einem DAX das Phänomen, dass er gerne mal Montag und Dienstag nutzt, um Schwung zu holen. Deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig, wenn er mir, ich sag mal so, nach 10 Uhr, nach 39 neue Tagestiefs generiert, kann das durchaus passieren, dass er sich wirklich Montag, Dienstag erstmal nochmal Zeit nimmt, Schwung holen, dann, also jetzt ist quasi Signal gesetzt, jetzt, dann holt man Schwung, um nochmal ein bisschen zu verunsichern, um auch nochmal ein bisschen Volumen einfach umzusetzen, indem man Leute aus Positionen rausdrückt und so weiter. Rein in den Gap-Close hier bei 8.60 rum, 8.70 rum oder wo wir hier waren, 8.50 bis Montag, Dienstag und dann weiter oben raus. Das ist durchaus eine Option. Ich mache das immer ganz gerne auf Montag, so in den ersten zwei Stunden, kriegt man einen guten Eindruck davon, wie der DAX so drauf ist. Der darf nämlich auch gerne weiter, ist der gut drauf, macht auch dann eben keine neuen Tagestiefs, sondern neue Tageshoch, sage ich jetzt mal. Dann hat er den restlichen Tag einfach auch Zeit, um sich noch ein bisschen was rauszuarbeiten und da sehen wir auch, wo der Fall noch hinführt. Also, es wäre jetzt nicht unrealistisch, dass wir mal eine 1.90, 2.100, ich könnte mir sowas vorstellen, dass wir da vielleicht sogar starten zur Eröffnung gleich. Und dann 2.95, hier so 2.50 bis, ich sage mal, im Zweifel 3.50. Das ist jetzt hier so eine schöne Zone, in die ihr auch dann erstmal eintauchen könnt und gegebenenfalls sich auch von dort nochmal so ein Schwungholer gelten kann. Aber wie gesagt, wir haben hier so ein offenes Gap, das hängt hier so relativ mittig, auch leider ein bisschen tiefer, also nicht an den schönen Unterstützungen hier. Hier oben wäre es natürlich perfekter für eine Trendwende. Jetzt haue ich hier ein paar Worte durcheinander, die vielleicht falsch verstanden werden können. Also, Fakt ist, wenn er runterkommt und er dreht sich auf solchen Spitzen hier zum Beispiel nach oben, dann ist das immer sehr bullig zu werten. Oft läuft da aber ein Gap-Scanner nochmal rein, macht die zu und dreht sich dann. Das ist hier recht tief. Zu dem Zeitpunkt haben aber hier die Käuferbastionen, also die Unterstützung, dann schon nachgelassen. Und das nimmt immer so ein bisschen Kraft aus dem Trendwechsel dann letztendlich raus, weil er sich dafür schon auf den alten Hoch halten sollte. Also, vielleicht war das jetzt ein bisschen verständlicher formuliert. Fakt ist, hier unten ist eine wichtige Anlaufstation, 860, 850, die ist im ganzen Wochenverlauf erreichbar. Egal, wie er sich Montag, Dienstag verhält, kann er da auch Mittwoch nochmal nach unten setzen. Aber von der Formation her würde ich eher davon ausgehen, dass wir jetzt so wie hier stehen, wir haben einen Abwärtstrend beendet, zumindest den seit dem 16. August. Nicht verwechseln mit der übergeordneten Lage im Tucketschout, jetzt sind wir noch im Abwärtstrend. Den sieht man auch hier oben in der gestricherten Linie. Kurzfristig betrachtet hat er aber den jetzt rausgenommen, hat ein höheres hochgestellt. Das haben wir die letzte Woche immer wieder gesagt, dass es ein Muss, um hier auch eine Wende vollziehen zu können, um hier auch den Boden stehen zu lassen. Die W-Formation, erinnert euch, so haben wir die letzte Woche angefangen, dass er hier eine W-Formation stellen könnte. Dies ist jetzt auch geworden und hat mir gesagt, für die W-Formation hat er durchaus so ein Ziel um 1,30 bis 1,90, 200. Das hat er eigentlich schon erreicht am Freitag, das ist fertig. Deswegen dürfte auch der Montag, Dienstag schon zum Schwungholen genutzt werden. Mir ist so wichtig, ich gehe jetzt nicht in den Markt und sage, der muss jetzt Montag da runter. Ich sage auch nicht, der muss Montag an die 300 hoch. Ich gucke mir einfach die ersten zwei Stunden an, mache da im Zweifel auch noch gar nichts und gucke einfach, wie ist der Markt drauf, drückt der, schiebt der, ist er unruhig, zieht er eher nach unten und dann hat man auch locker 12 Handelsstunden Zeit, um daraus irgendwie was zu nutzen. Und so gehe ich oft montags dann eben dran. Ja, Punkt. Also, oben raus, wie gesagt, 1,90, 200 nochmal interessant, 300 bis 350, das ist dann auch nochmal eine schöne Zone. Das sind alles schöne Anlaufzonen, die jetzt auch direkt noch locker erreicht werden könnten, wenn er dranbleibt und drücken kann. Und wenn er aber in Rücklauf geht, wird er so ein, zwei Tage einplanen. Muss auch nicht Montag, Dienstag sein, das kann auch, dass er Mittwoch dann nochmal ansetzt. Aber so an sich haben wir jetzt erstmal auch die letzte Woche, wir erinnern uns zurück, 13,50 haben wir geschlossen. Der Antra, der 22 Uhr DAX oder auch die 24 Stunden Indikation hatten alle eine rote Wochenkerze. Da haben wir gesagt, es wird schwierig zu verarbeiten. Keine Ahnung, was der Markt draus macht. Das ist dann eine ganze eklische Schiebewoche geworden, da zur Seite hin. Wobei, so eklische Schiebewoche war es gar nicht zur Seite hin. Aber jetzt ist es klar, jetzt haben beide relativ hoch geschlossen und geben damit natürlich auch auf Wochenebene erstmal Umkehrsignale nach oben. Und deswegen habe ich auch eingangs gesagt, kann ich mir gut vorstellen, dass die Woche zum Ende hin auch positiv wird. Auch wenn er vielleicht im Wochenverlauf nochmal bei 8,75, 8,60, 8,50 hier vorbeikommt da bei dem offenen Gap. Also soweit meine Erwartungshaltung, so würde ich rangehen. Das heißt, Montag könnte ich mir das gut vorstellen, dass wir hier reinarbeiten. Aber ich will halt wirklich sehen, dass er die ersten Stunden schon auch dranbleibt. Dass er sich ein bisschen weiter vorgearbeitet bekommt. Und ansonsten hätten wir hier oben noch ein offenes Gap. Schaut mal hier, da ist auch noch was im Bereich um 13,5,26 und auch hier oben im Bereich um 13,700. 13,700 wird dann allerdings schon wieder schwierig, weil dann der Abwärtstrend aus dem Tagesschart kommt. Ist jetzt für den Montag nicht relevant. Alles beides nicht relevant für den Montag. Aber für den Wochenverlauf vielleicht, wenn er sich jetzt wirklich hier noch ein bisschen rausgeschoben kriegt. Schaut mal, das ist dann hier die gestrichelte Linie. Das ist die, die im Untergeordnet gesehen haben. Das ist nochmal so ein Abwärtstrend. Wenn der dann prägt, könnte man auch langsam wieder von einer positiveren Chartlage ausgehen. Stand hier muss man noch sagen, ist noch ein Abwärtstrend intakt. Könnte vielleicht sogar von hier gemessen ein fallendes Dreieck, auch werden. Zack, zack, zack. Hier nochmal ran oder bloß so. Dann hier nochmal runter, nochmal hoch und dann Abflug. Das ist alles noch drin. Also Chartlacker übergeordnet, noch nervös bis angespannt könnte man sagen. Also eher neutral bis negativ vielleicht sogar. Mit einem Touch eher mehr negativ. Kurzfristig durch den Trendbruch jetzt hier leicht positiv für die nächsten Tage. Und ja, das ist alles, was ich euch mitgeben kann. Macht was draus. Macht was draus. Holt euch ein paar Punkte. Schlitzt den Kerl aus. Wirklich, dem tut das nicht weh. Der hat genug Punkte. Kann sich jeder ein paar rausschneiden, sich in die Tasche stecken und dann auch mal auszahlen lassen. Gewinne auszahlen, das ist immer so eine Krankheit. Das können viele nicht. Ist aber auch mal ganz wichtig, um ein bisschen besseres, ich sag mal, Moneyflow reinzukriegen. Also ich wünsche euch Spaß, gutes Gelingen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.